Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu eurem Engelorakel für die schon aktuell laufende Woche und inkludiert darin das Engelorakel der Liebe, denn wie ihr seht, habe ich das gleich etwas größer aufgezogen zu einem Portalorakel. Am kommenden Sonntag erwarten wir ja die Sonnenfinsternis in den Fischen und deshalb habe ich mir gedacht, ich war ja ein paar Tage auf Seminar und bin erst Montag wieder zurückgekommen und kam jetzt irgendwie nicht dazu, noch das Wochenorakel dezidiert zu machen, habe mir gedacht, mache ich doch gleich ein Portalorakel, das passt doch, wir sind jetzt in der Einflugschneise für die Sonnenfinsternis und ich denke, das ist total stimmig, das einfach so zusammenzulegen. Also bekommt ihr hier das Wochenorakel integriert in das Portalorakel der schon laufenden Woche, hier das Liebesorakel, hier oben haben wir wie immer den Einfluss der kosmischen Ebene, was an kosmischen Energien jetzt zu uns runterkommen wird und auch wie die Mutter Erde darauf reagieren wird. Natürlich vorher nochmal der astrologische Rahmen, das sind natürlich gezielt hingelegte Karten, keine gezogenen Karten, also die dekorieren eigentlich das Ganze nur mit der astrologischen Konstellation. Und was können wir dazu sagen zu der astrologischen Konstellation? Das ist ganz interessant, die Sonnenfinsternis findet in den Fischen statt, wie gesagt, und zwar im achten Haus. Das ist das Haus, was sehr, sehr viele Aspekte, also sehr, sehr viele, viele Thematiken hat und wichtige Thematiken hier sind die Familie, die Ahnen, auch die Bindung, Verträge, Institutionen, Ämter haben dort ihr Thema, auch das Thema Tod. Also es ist ein sehr vielfältiges Haus, sehr schwer das so einzugrenzen auf so ein paar bestimmte Sachen, aber ich gehe da ja auch intuitiv vor und ziehe mir genauso aus dem Horoskop auch intuitiv nochmal, was sind wahrscheinlich die Schwerpunktthemen jetzt für die Finsternis. Und wir werden danach natürlich auch sehen, wie sich das in den Karten auch widerspiegelt. Und die Sonnenfinsternis, wie gesagt, findet im achten Haus statt und das findet statt gegenüber dem zweiten Haus. Ja, es gibt auch einen herausfordernden Aspekt mit dem zweiten Haus über den Mondknoten, der sich im zweiten Haus befindet. Das zeigt mir auch, dass diese Sonnenfinsternis im achten Haus gravierende karmische Themen in die Heilung bringen kann, aber genauso gut auch antriggern kann. Das ist auch möglich. Aber es ist natürlich immer ein Weg, die Dinge dann auch in die Bewegung, in die Heilung zu bringen. Und diese karmischen Themen werden wahrscheinlich mit dem Thema eigenes Geld, eigener Besitz, Werte, Wohlstand, Besitz zu tun haben. Dem eigenen Geld in Herausforderung oder Opposition zu dem Geld der anderen. Geld, was ich von Institutionen bekomme, der Bank, einem Amt, aber auch innerhalb meiner Familie, auch Erbschaften, ja, aber auch Geld, was man in einer Ehe, Ehegemeinschaft teilt miteinander. Das ist ja auch nicht das eigene Geld, sondern man teilt es ja mit anderen. Also das, da ist im Moment der Fokus drauf. Das haben wir auch schon ein bisschen gemerkt in den letzten Wochen, dass das auch im Thema Liebe, werden wir nachher hier sehen, nochmal ganz schön unter Spannung geraten ist. Dieses Thema Fülle, Wohlstand, Besitz, eigener Besitz, geteilter Besitz, das ist ein scharfes Thema. Jetzt in dieser Woche auch, wo wir auf diesen Sonnenfinsternis hinzulaufen. Es wird vielleicht auch die nächste Woche noch bringen, aber das schauen wir dann nächste Woche. Und es hat natürlich auch was mit der globalen Ebene zu tun, denn es findet ja ein Zeichen Fische statt. Der Neptun ist auch anwesend. Das zeigt uns immer, dass es auch generell um das kollektive Wohlergehen, kollektive Finanzen, kollektive Wohlsein geht. Ja, wie sind wir versorgt? Ja, und eine besondere Sprengkraft erhält das Ganze auch noch über das Thema Beruf Karriere, die Karriere Hausachse oder Heimachse. Und da kam für mich relativ klar rüber, dass vor allem die Männer, über den Mars lässt sich das hier sehen, ja, die Männer das sehr, sehr stark merken werden im Bereich Beruf und Karriere, dass ein Befreiungsimpuls kommen wird oder schon da, der läuft wahrscheinlich schon diese Woche, der läuft wahrscheinlich schon seit letzter Woche, ja. So ein Befreiungsimpuls durch Uranus, der eben eine Befreiung im Bereich Beruf, Karriere möchte. Jetzt überlegt mal, wie krass nah dran da das Thema eigenes Geld, Versorgung anderer, Geld der anderen mit dranhängt. Das ist massiv, ja. Also da wird jetzt richtig Sprengkraft drangesetzt. Das kommt von dem Uranus-Pluto-Quadrat und Pluto sitzt auch noch im Bereich des Arbeitsalltags, also wie Arbeit vonstatten gehen. Und da werden jetzt echt Bomben gezündet diese Woche. Also es kann sein, dass einem einfach im Arbeitsalltag ein bisschen die Granaten um die Ohren fliegen. Also man merkt, da werden jetzt irgendwie Lunden gezündet, ja. Es kann sein, das heißt, es kann sein, dass Männer, es müssen, muss natürlich nicht nur die Männer betreffen, ja. Aber ich kriege das so, dass das schwerpunktmäßig so ist. Für die Männer ist es jetzt wichtig, sich zu befreien aus Arbeitsverhältnissen, die für sie nicht mehr stimmig sind, ja. Wo sie einfach Frust schieben, wo sie nicht weiterkommen, wo sie nicht entfalten können, ja. Und das wird sehr stark im Arbeitsalltag spürbar werden, ja. Und es geht darum, auszubrechen aus den Systemen, die auch von Männern geprägt wurden, die sehr männlich geprägt sind, aber auch viele Männer und natürlich auch Frauen überhaupt nicht mehr glücklich machen, ja. Und deshalb natürlich auch für Frauen wird das gelten, dass die aus so einem sehr männlichen System, also einseitig männlich meine ich jetzt in Gottes Willen, ausbrechen wollen, ja. Und das steht nochmal im Zusammenhang mit dem häuslichen, mit den häuslichen, familiären Beziehungen, mit der Frage, wie fühle ich mich zu Hause, wo fühle ich mich überhaupt zu Hause, fühle ich mich glücklich, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich in meinen Beziehungen zu Hause. Das kommt alles auf den Prüfstand und muss in wünschenswertes Gleichgewicht gebracht werden. Ist ja auch klar, wenn die Bombe hochgeht am Arbeitsplatz, geht die Bombe auch hoch zu Hause, das hängt oft zusammen. Und da kann jetzt einiges kommen und es kann im Zweifel, das zeigt auch Pluto an, der hier ganz schön viel Macht und Einfluss hat, dass es zu Alleingängen kommen kann, dass jemand da einfach im Alleingang sagt, ich mach das jetzt so. Ja, ich hau mich jetzt da raus, es geht einfach nicht mehr. Wie so eine Notleine. Also das ist eine starke Energie diese Woche. Hut ab. Bin gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt erstmal die kosmische Ebene an, welche Energien jetzt zu uns kommen durch dieses Portal, diese Sonnenfinsternissen. Die Engel sagen, es geht um Wunder. Es geht darum, dass wir Wunder erleben, dass wir an Wunder glauben, dass Wunder die Materie verwandeln können. Ja, und die Materie ist ja das, was im Zweiten Haus auch zu Hause ist, das Haus des Stiers, der materielle Besitz, die Sicherheiten, das Geld, das Gold, im Tresor, also das, was materiell, das Haus, das Grundstück, all diese Dinge, die materiell sind, das wird jetzt verwandelt. Ich erschaffe Dinge, indem ich ihre Existenz erdenke. Also wir lernen jetzt immer mehr mithilfe dieser kosmischen Energien, dass wir Dinge selbst erschaffen können, dass wir nicht für alles hart nur arbeiten müssen, sondern dass wir mit unseren Gedanken diese Dinge in unser Leben ziehen können, dass wir es einfacher haben können, dass wir wunderbare Kreationen erschaffen können und nicht nur in Abhängigkeiten sein müssen, dass irgendjemand uns irgendwann vielleicht was gibt, sondern wir erschaffen es. Dazu ist aber eben die Befreiung des Geistes nötig und da hilft Uranus. Er hilft, dass wir in die Freiheit kommen, unseren Geist befreien. Mein Geist wird von ziellosen Gedanken befreit. Er füllt sich nur mit Klängen, Farben, Licht und himmlischer Musik. Also da zieht was komplett Neues ein in den Geist, in die Gedanken und der Gedanke und der Wunsch nach Freiheit ist jetzt enormst groß. Und das, worum es hier geht, ist die wahre Identität. Ich bin der, der ich bin. Oder ich bin, der ich bin. Wahre Identität, das ich bin. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin der Alte der Tage. In heiliger Verbindung mit mir selbst bin ich alles, was ist. Makrokosmos und Mikrokosmos. Amen. Also es geht darum, die wahre Identität, die eigene innere Wahrheit mehr zu leben. Ja, also wirklich realistischer zu sein, auch wirklich man selbst zu sein, sich darum zu bemühen, erkannt zu werden, wie man wirklich ist und ein solches Leben entsprechend auch zu führen in jeder Hinsicht. Die Engel sagen auch, weise Freunde oder ein weiser Freund ist jetzt hilfreich. Also hier sind vielleicht Menschen im Umfeld, die euch auch Rat geben, mit Rat und Tat zur Seite stehen, die einen Hinweis haben, die weiterhelfen, die vielleicht einen Impuls geben. Also Freunde sind im Moment wichtig, weil sie uns inspirieren, weil sie uns auch ermutigen, wir selbst zu sein, weil sie uns ja auch in der Regel so lieben, wie wir sind und auch erkennen, was für Potenziale wir haben, ohne dass wir selber das immer so klar haben müssen. Und das scheint hier auch sehr hilfreich zu sein. Aber auch nochmal für die Liebenden da draußen, die Heilige Vereinigung, also auch dieser Sog in Richtung einer höheren Beziehung, einer höheren Schwingung, einer höheren Verbindung auf spiritueller Ebene, eben jenseits des Karmas, ist auch die Zugkraft, die hier kommt. Das heißt also auch für die Zwillingsflammen, Seelengefährden, Dualseelen da draußen ist die Auflösung von Karma und dieses Klären der eigenen Lebenssituation immanent wichtig, um der Verbindung und Heiligen Verbindung mit der Zwillingsflamme oder anderen Seelengefährden, Dualseele näher zu kommen. Ganz, ganz unbedingt. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Motor hier, ja. Gucken wir uns an, was die Erde damit macht, mit all diesen Energien. Sie sagt erst mal, da haben wir das Schneeglöckchen, das passt ja perfekt. Hier in den Februarübergang März jetzt rein, vergib jemandem. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier unten sehen. Also es geht darum, und das hatten wir eben, dass der südliche Mondknoten, der für Karma steht, im achten Haus sich befindet. Das heißt, genau in der Sonnenfinsternis stattfindet. Das heißt, viel Sprengkraft auf karmische Themen, die vielleicht auch schmerzhaft nochmal uns bewusst werden, aber eben aufgelöst werden wollen. Es geht etwas zu Ende. Ja, damit wird etwas beendet. Etwas kommt ins Auslaufen, kann endlich aufhören, uns auch zu terrorisieren in uns drin, ja. Und es ist auch ein Ende für den Reinigungsprozess. Also ich denke, viele haben das schon bei der Mondfinsternis gemerkt. Überhaupt, sag ich mal, Oktober, November, Dezember, Januar waren ganz schön heftige Reinigungsprozesse im Gange immer mal wieder. Und das ist jetzt vielleicht auch so langsam das Ende des Reinigungsprozesses, wenn wir eben das Karma auch auflösen, weil dann einfach sehr viel aus unserem Energiefeld endlich gehen kann und wir in der Schwingung hochgehen und uns auch befreien davon. Und was auch noch auftreten wird, ist, dass es eine immense Schnelligkeit geben wird. Hier ist der Falke. Das heißt, Dinge werden jetzt schnell passieren, sich schnell zuspitzen. Uranus sorgt für plötzliche, mit Pluto zusammen explosive Veränderungen. Also es wird schnell gehen und sehr, sehr schnell wird hier die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit ans Licht kommen, das Einhorn mit der Wahrhaftigkeit. Also die wirkliche Wahrheit, das wahres Inneres Selbst wird sich jetzt sehr schnell hier offenbaren und zeigen wollen. Also das wird kaum noch zu umgehen sein, ist so für mich das Gefühl hier. Gucken wir uns an, was diese Woche schon passiert. Das ist jetzt bis einschließlich Sonntag, bis zur Sonnenfinsternis. Was baut sich jetzt auf? Die Engel wollen uns sagen, das ist jetzt einfach eine Zeit, in der es dir klar werden sollte, dass dein Leben nur gut und glücklich sein kann, wenn du dich auch selbst belohnst. Das heißt, wenn du auch schaust, was kommt mir alles zugute, wie geht's mir? Opfer ich mich für andere auf? Tue ich alles für andere? Sorge ich für deren Wohlergehen, aber sorge ich auch für mich selbst? Oder lasse ich auch zu, dass ich schöne Dinge, ein schönes Leben habe? Fragezeichen. Und die Engel sagen auch, es ist eine gute Woche, um nach innen zu hören, auf die innere Führung zu hören, auf das, was andere sagen. Hier kriege ich nochmal den Hinweis zu weisen Freunden. Also hinzuhören, was kommt denn an mein Ohr? Ja, was kriege ich denn für Impulse von außen, von den Engeln, von innen, von der Intuition, vom Hören selbst? Also höre hin, was ist das, was dir gut tut, womit du dich belohnen kannst? Was ist dir wirklich wichtig? Und das hat viel mit neuem Partner zu tun. Es ist hier kein Bereich speziell angegeben. Also das kann eine neue Partnerschaft im beruflichen Bereich sein, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Wir hatten ja jedes Ausbrechen auch aus dem Beruf. Das heißt, vielleicht findet sich in dieser Woche jemand oder es finden Gespräche statt, wie man zusammenarbeiten kann, wie man eine andere Business- oder Geschäftspartnerschaft führen kann, um so eine Win-Win-Situation zu haben, um sich zu befreien, um sein eigenes Ding zu machen oder Dinge besser, anders, schöner zu machen. Das kann aber natürlich auch eine Liebespartnerschaft sein. Das ist nicht so eindeutig hier trennbar, aber es scheint sowohl als auch. Also es geht eigentlich darum, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, zusammenzuwirken, ob nun beruflich oder privat, weil das einfach eine andere Art von Arbeit ist, auch eine andere Art von Sein und Leben und du wirst merken, du wirst viel zufriedener sein in deinem Tun. Und das gehört alles dazu, sagt die Erzengel Grazie, dass du dir deine Kraft zurückholst. Ja, es ist wichtig, deine gottgegebene Kraft und Intention anzuwenden, um Segnungen in deinem Leben zu manifestieren. Also du brauchst diese Kraft, die in dir steckt. Ja, hol dir deine Kraft zurück. Und wenn du in deiner eigenen Kraft bist, wenn du eigentlich das tust, was du willst und dich auch selbst belohnt und nicht geizig bist oder im Mangeldenken, ja, nach dem Motto kann ich mir nicht leisten, das ist einfach jetzt zu viel, das ist zu teuer, ich habe ja nicht so viel. Dann denkst du dich klein, aber wenn du in deine Kraft kommst, dann kommt auch der Wohlstand, dann kommt die Fülle zu dir, dann kannst du alles manifestieren, was du möchtest und dann wird alles auch gut gehen. Also wende dein positives Denken hier an und denke groß und nicht klein. Ja, denn auf dieser Karriereachse ist Jupiter und der will, dass du großzügig lebst, ja, dass du großzügig mit den schönen Dingen des Lebens auch umgehst und dir das auch gönnst. Und da dich nicht klein denkst, das wäre sehr, sehr limitierend für dich, ja. Dann das Thema Beziehungen, Liebe in der kommenden Woche beginnt aber jetzt ab Mittwoch bis nächste Woche Mittwoch. Hier geht es nochmal darum, die Liebe, die ich für eine andere Person empfinde, auszudrücken, also der anderen Person zu zeigen, dass sie mir wichtig ist, also mich selbst und andere auch hier diesbezüglich zu belohnen, wirklich auch auszuwählen, zu sagen, das ist die Wunschpartnerin, das ist der Wunschpartner in meinem Leben, das ist die Person, die vielleicht noch nicht gehört hat, was ich für sie empfinde. Also es ist eine Woche, wo Gefühle auch ausgetauscht werden, wo über Gefühle auch gesprochen wird. Das ist auch Jupiter in Waage, also das Schwelgen auch in Emotionen und Großzügigkeit, das Überfließen von Emotionen, das steht an in dieser Woche. Und wenn es doch zu Hemmschwellen hier führt, also wenn ihr da in euch spürt oder euer Wunschpartner, Partnerin spürt, da gibt es eine Hemmschwelle, das zu äußern, lieber will man das nicht sagen oder lieber will man da so eine Maske tragen weiterhin und so tun als ob, dann gibt es da eben ein karmisches Thema nochmal, was vielleicht bei einigen dazu führt, dass sie sich zurückhalten, dass sie das nicht zum Ausdruck bringen oder dass sie unsicher sind aus irgendeinem Grund, ob sie das tun können oder Ängste haben, die sie sich nicht erklären können, dann mögen die häufig aus früheren Leben stammen und das sieht hier wirklich nach einer Blockade aus, weil hier will alles überfließen, überströmen und hier ist so ein Gefühl von, oh Gott, lieber nicht, könnte ja negative Konsequenzen haben, also oder ihr müsst was verstecken, eigentlich wollt ihr das ausdrücken, aber irgendwas in eurem Leben, was karmisch bedingt ist, führt dazu, dass ihr euch verstecken müsst, dass ihr nicht das öffentlich sagen könnt oder wollt und das muss natürlich angeguckt werden und da haben wir ja hier dieses Vergib jemandem, ja, also das ist wichtig, hier karmische Themen aufzulösen. Das Geschenk, was ihr aber erhaltet, ist ein größeres Selbstbewusstsein, dass ihr wirklich zu euch selbst steht, dass ihr akzeptiert oder euer Wunschpartner, Partnerin akzeptiert, dass es nun mal so ist und dass es wichtig ist, zu den eigenen Gefühlen zu stehen und auch Verantwortung zu zeigen für sich selbst und für andere, indem man einfach zu seiner inneren Wahrheit, die wir hier schon gesehen haben, steht. Also da werden Wahrheiten hochkommen und ausgesprochen werden müssen irgendwann. Das kann jetzt eine Vorbereitung sein diese Woche, ob das dann schon auf den Tisch kommt, ist nochmal eine andere Sache, aber es kann sehr schnell gehen und diese Erkenntnisse sind sehr wichtig, damit ihr in eure wahre innere Kraft kommt oder eure Wunschpartner, Partnerinnen. Also eine spannende Woche liegt vor uns, sehr intensive Energien. Wie wir uns fühlen werden, weiß ich noch nicht, das muss ich auch mal abwarten, ob sich das körperlich auch nochmal sehr stark zeigt. Das gucken wir jetzt einfach mal und ich wünsche euch auf jeden Fall euch allen eine gute Woche und dass ihr nicht leidet und dass es nicht allzu heftig wird und ihr das einfach gut ja diesen Übergang jetzt in die nächste Woche schafft, in den auch in den März, den Monat mit zwar auch vielen Energien, aber nicht so vielen Finsternissen und schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles Liebe für die Woche, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage bis bald.